Hallo, ich bin die Martina von Full Access. Ich bin heute da für die Besucherinnen mit Behinderungen am Donauinselfest. Alle Tage vom Donauinselfest auf der Plattform, auf einer der Plattformen für Besucherinnen mit Behinderungen zu finden. Das heißt, kommt es auch von vorbei. Im Internet gibt es eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse, an der wir erreichbar sind, wenn ihr irgendwelches Abends am Donauinselfest kommt. Wir haben auch ehrenamtliche Verstärkung vor Ort. Unsere Partys begleiten Besucherinnen mit Behinderungen, wenn man keine eigene Begleitperson hat und das Donauinselfest alleine aber nicht besuchen wird. Zusätzlich gibt es auch noch einen Shuttle-Service durch Hallermobil vom bewachten Behindertenparkplatz auf die Festinsel, genau daher, wo wir jetzt stehen, nämlich zur Plattform für Besucherinnen mit Behinderungen. Jetzt ist die Plattform noch leer, aber für die Konzerte am Nachmittag und am Abend werden wir Bierbänke da haben, ein paar Tische, falls jemand was essen möchte, hier oben. Unterschiedliche Sitzmöglichkeiten wie Sitzsäcke zum Beispiel, damit man sich wirklich gemütlich machen kann und sich wohlfühlen kann. Und es gibt ein WC auf der Plattform. Und ein Sonnenschein.